Diese DVD von Christian Ullmann bekommt von mir das Leander Hausmann Gütesiegel. Ich möchte allerdings noch etwas dazu bemerken. Bitte haltet es nicht für unbescheiden, wenn ich es jetzt so sage. Ich habe ja den Christian aus der Fernsehgosse geholt und habe ihm eine anständige Rolle im Kino gegeben. Ihr verdankt Christian Ullmann seine beispiellose Karriere. Aber er hat die von mir folgenden ca. 5 Rollenangebote, auch Hauptrollen, abgelehnt. Nun ist er im Internet gelandet, vielleicht an der letzten Station, man weiß es nicht. Und er ist auf das Leander Hausmann Gütesiegel angewiesen. Auch deswegen, Christian. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.